Hallo, wir sind jetzt fertig mit dem Dreh und ich fühle mich total super. Ich habe ca. 800 Liter geschwitzt und mir wurden 34 Kilo Puder aufs Gesicht gemacht, weil ich sonst so geglänzt hätte. Ja, der Dreh ist jetzt fertig meine Lieben. The Show is over, but must go on. Und wir sind jetzt fertig, wir gehen jetzt noch ein bisschen shoppen und dann fliegen wir zurück. Bye, bye!